Hey ho meine Lieben, heute machen wir endlich den lang ersehnten Grünkohldopf. Leider muss Patricia arbeiten, ist also nicht dabei, aber ich denke die wird dann später irgendwann einmal oder morgen sich ihre Portion abholen. Und ich werde das ganze auch herin machen im Topf wohlgemerkt. Nach der Arbeit, ich habe heute auch wieder mal keine große Lust noch raus zu gehen, also machen wir es hier drin, aber mit ganz frischem Grünkohl. Gut, gehen wir rüber, schauen wir uns das ganze an, was ich an Zutaten habe. Also dieses mal wirklich ganz einfache, einfach mal um in die Materie reinzukommen. Lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir rüber, schauen wir nach. So Freunde, ein Riesensack mit Grünkohl. Ich persönlich habe selber noch nie einen verarbeitet. Werden wir nachher angucken, wie wir das machen. Dann haben wir hier drüben ein bisschen schwenken. Ich habe jetzt mal hier ein Liter Gemüsebrühe aufgesetzt. An Bacon. Ich hätte, also das ist jetzt schon wieder was. Ich hätte jetzt hier den ganz guten nehmen können, den ich aus Lehr mitbekommen habe, aber fürs erste Mal nehme ich dann lieber doch so einen. Ja, zwei Zwiebeln an Senf. Dann habe ich hier Rauchenten und Kohlwurst, also auch so Messenten wahrscheinlich sind das. Salz, Pfeffer, Haferkürze. Man könnte jetzt auch Haferflocken dann nehmen. Ja, und das war es im Salz und Pfeffer, habe ich glaube schon gesagt. Und das war es im Großen und Ganzen, was wir dazu brauchen werden. Ja, ja, gut. Legen wir jetzt erst einmal mit dem Grünkohl los. Man redet von circa ein Kilo für vier Personen, aber wieder mal das Zeug. Gar nicht so einfach. Na ja, ich schaue jetzt, dass ich so halbwegs ein Kilo zusammenbringe und dann sehen wir weiter. So Freunde, ein bisschen über ein Kilo wahrscheinlich. Wir könnten jetzt die Blätter abzupfen oder auch abschneiden. Ich entscheide mich hier jetzt ganz einfach fürs Abzupfen. Strunk ist ja keiner mehr drin, Gott sei Dank. Sonst hätte man den auch erst zuerst rausschneiden müssen. So, bei dem Auszupfen achte ich natürlich gleich drauf auf braune Stellen. Wenn keine braunen Stellen dabei sind, hier mit rein und nachher das Ganze einmal durchwaschen. So Freunde, den Grünkohl habe ich soweit klein gemetzelt. Was ich noch vergessen habe, ich nehme nachher noch hier einen Schweineschmalz zum Anbrutzeln. Aber jetzt kümmere ich mich erst einmal um die zwei Zwiebeln. Die tun wir gleich klein hacken und dann Zwiebeln, Schweineschmalz und Bacon gleich im Topf, wo wir uns da drüben eben auch gleich wieder sehen. Wenn ich hier die Zwiebeln geschnitten habe, die Tasselzwiebel schneiden. Ja, der Schmalz bringt Geschmack hier rein. Also ob man jetzt den Bacon gleich rein tut, später rein tut, extra rein tut, extra anbrät, bleibt jedem sich selber überlassen. Ich schmeiße das Ganze jetzt gleich hinein, die ganzen Zwiebeln und tue das Ganze mal glasig am düngsten. So meine Lieben, ein paar Minuten später, glasig aber nicht braun, können wir unseren Grünkohl komplett daneben schmeißen. Dann schlopfen wir den Topf komplett in den Topf mit rein. Na je, der Herr fängt auch schon wieder zum Piepen an, weil man alles nass macht hier. Und wir sehen, er muss erst ein bisschen zusammensacken. Ich habe hier nochmal eine Schüssel. Die tun wir jetzt sozusagen auch noch gleich mit ein bisschen anschwitzen. Und schmeißen natürlich weiterhin alles nebenaus. Sobald wir hier jetzt alles drin haben, können wir mit der Gemühebrühe aufgießen. Nachdem wir das Zeug, was wir rausschmeißen, wieder eingefangen haben. Hier schalte ich aber jetzt mittlerweile ein bisschen nach unten. Ja Leute, das hier ist natürlich wieder Grill-Junkie-Art. Wie es andere machen, ich habe mir natürlich wieder Rezepte rausgesucht und daraus was zusammengefasst. Ja und schon ist es gar nicht mehr so viel und passt alles in den Topf rein. Kokos-Pokos angeschmorgelt. Und wie gesagt, nicht vergessen, alles nebenaus zu schmeißen und wieder einzufangen. Oh Mann, was habe ich heute für eine Gepansche hier. Na ja, da können wir schon den Liter nehmen. Eventuell nachher noch ein bisschen Wasser dazu. Und das müssen wir dann später separat entscheiden. So Leute. Geringere Stufe, so Halbdampf würde ich mal sagen. Deckel drauf und dann für ca. 30 bis 45 Minuten vor sich hin köcheln lassen. Ab und zu einmal nachgucken. Umrühren. Ja, sollte natürlich nicht anbrennen. Sonst können wir es weghauen. Gut. Wir sehen uns nachher wieder um Viertel vor sieben. Jetzt haben wir es Viertel nach sechs. So Freunde. Der Duft, was sich hier schon verbreitet, ich sage es euch, phänomenal. Knappe halbe Stunde war das jetzt. Leute, aber das ist immer noch viel zu viel Grünzeug. Da müssen wir entgegenwirken. Mit Mettenten und Kohlwurst. Das habe ich aus Leer mitgebracht. Norddeutschland. Und naja, man rechnet zwar mit einer Wurst pro Person. Aber wer hat was gegen Fleisch? Ich nicht. Die sind jetzt noch etwas gefroren. Normal hätte ich jetzt gesagt so 10 Minuten. Aber da die jetzt gefroren sind. Viertel Stunde. Bis siebne. Jawoll. Tja. Ich würde mal sagen, wir kommen in die nächste Runde. Und ziemlich auch die letzte Runde. Das schlägt jemand dabei noch mal kurz raus. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann kommen wir jetzt eben zu der Abschmeckerei. Zirka zwei Teelöffel Senf. Ein Teelöffel Zucker. Salz, Pfeffer. Das muss jetzt jeder selber entscheiden, was und wie viel er reinhaut. Und dann schmeckt man das Ganze mal ab. Natürlich erstmal aufrühren. Und Schatz, das geht jetzt gerade schlecht. Kommst rein. Weil Schatz möchte noch die Tartoffeln dazu kochen. Da halten wir sie natürlich nicht davon ab. So, jetzt noch mal ein bisschen probieren. So, jetzt noch mal ein bisschen probieren. Na, geh auf. Ich kenne das Zeug selber so noch gar nicht. Ja, jetzt hat die halbe Packung jetzt reingetan. Ich weiß wirklich noch nicht, wie sich das überhaupt auswirkt. Schatz, weißt du, wie sich die Haferkrücke auswirkt? Nee, ich weiß nur, wenn du zu viel machst, darfst du dann den Pudding kochen. Dass wir dann Pudding haben. Okay. Das Problem haben wir, glaube ich, nicht. Gehen wir davon aus, dass das jetzt genau die Menge war. Jetzt brauche ich noch kurz einen Zahnstocher. Jetzt tun wir hier noch unsere Würste leicht anpixen. Dann kann da noch ein bisschen Saft austreten. Und der gibt natürlich noch Geschmack. So, Freunde. Noch circa 20 bis 30 Minuten vor sich hin köcheln lassen. Bis dahin dürfte noch die Kartoffeln gut sein. Und dann können wir essen. Das Essen ist soweit fertig. Patricia steht nebendran. Die muss in die Nachtschicht. Der packt mir jetzt einfach was ein. Bevor wir dann uns das nehmen. Schatz, Vorsicht. Du stehst mitten im Weg mit dem ganzen Zeug. Du musst doch den Deckel darüber wuchten. Danke schön. Jetzt schaut das mega aus. Ja, und jetzt muss ich bloß die drei verschiedenen Wurstsorten rausfinden. Dass du von jeder eine kriegst. Also ich würde mal sagen. Uno. Due. Und drei. Ich glaube, du verhungerst heute nicht. In deiner Nachtschicht. Gott sei Dank. Mhhmm. Namnam, riecht es gut. Mhhh. Mhm. Mhhmm. Mhhmm. Mhhh. Ja, die habe ich hier an der Seite. Mein Gott, Kind. Stopp, nicht so viel. Du musst essen. Wenn du das Essen hast, kann man halt zur Station kugeln. Machst du mal deinen Kochtopf hier auf, dann kriegt sie noch Kartoffeln. Oh, lecker. Das ist fast angerichtet wie auf so einem Krankenhausteller. Also unser Essen ist mega, man darf den Zwischenteil essen aussuchen. So. Du hast die Auswahl zwischen drei Wurst gelohnt. Leute, das ist jetzt Patrice, ihre Portion. Das muss sie halt dann eben in der Kommentarfunktion unten kommentieren, wie es ihr geschmeckt hat. Wir nehmen uns jetzt auch unsere Portion und dann gibt es Probierwelle. Tada, so sieht mein Teller jetzt aus. Ja, und ich bin ja nicht verrückt. Erstmal von jeder eine halbe Wurst. Das wird wahrscheinlich auch schon reichen für heute. Na ja, und dann probieren wir mal. So, jetzt ist es soweit. Probieren wir jetzt erstmal die drei Wurste. Wurste, Wurste, Wurste. Die ist wesentlich weicher. Also richtig schöne Auswahl an Wurst da drin. Und jetzt kommen wir zu dem Grünkohl selber. So, mir schmeckt's. Schatz. Schatz. Der Grünkohl ist lecker. Grünkohl ist lecker. Gut. Okay, Leute. Ich esse jetzt und nachher nochmal sehen wir uns kurz zum Fazit. Kommen wir noch zum Fazit. Also, mir persönlich hat's ja soweit für den ersten Versuch jetzt mit Grünkohl sehr, sehr gut geschmeckt. Gut, was ich gleich im Vorhinein oder voraus zugeben muss. Der Bacon war etwas sehr viel da drin. Jetzt vielleicht die halbe Portion von dem Bacon oder auch gar kein Bacon. Ja, aber das kann man ja für sich selber entscheiden. Aber im Großen und Ganzen würde ich das als absolut Willungen bezeichnen. Wirklich lecker. Ja. Schatz. Was sagst du dazu? Die Würstel dazu waren sehr gut. Habe ich auch nicht selber gemacht. Gut. Die Kaffee will natürlich auch nicht so gut gemacht. Was? Der Grünkohl war sehr Bacon-lastig. Weil ja diese Würstel sind ja auch geräutert durch Geschmack abgeben. Also, viel Rauchgeschmack war drin. Ja. Wirklich das nächste Mal Grünkohl ohne Bacon. Können wir machen. Das war ja jetzt mein erster Grünkohl-Versuch. Hat trotz allem sehr lecker. Gut, wunderbar. Wir sind ja lernfähig. Ich zeig's, wie ich's gemacht hab. Es wird bei mir ja nix verschwiegen. Sogar die Nieser von meinem Schatz bleiben drin. Deswegen hab ich jetzt grad gewartet. Gesundheit, mein Schatz. Okay, Leute. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Aber für die, die es noch nicht getan haben, würde ich mich natürlich auch riesig freuen. Und dann kommen wir noch zu dem, in kurzen, das nächste Mal. Aber dazu nehm ich die Cam noch kurz mit hinter. Weil das nächste Mal gibt's ja noch. Video gibt's ja noch nicht. Aber ich weiß, was ich machen werde. Zumindest, glaub ich das einmal. Also, gehen wir noch hinter, für das nächste Mal. Und ansonsten, hasta la vista. Ciao. Ja, Freunde. Das nächste Mal. Heute machen wir ein Doppelvideo. Und zwar testen wir heute endlich das Grillei Pro Plus. Und machen dazu einen Nackenbraten. Heute gehen wir uns wieder drauf ins 티, Pastor Daniel Feldhonk.